Mx Raceland in Villinge, Europas größte Motocross-Halle, wandte sich am ersten Satzwochenende in das Paradies für Entdiefen. Start Nr. 87, Start Nr. 33, Start Nr. 5. Enduro X Event goes Indoor. Ein lizenzfreies Enduro-Cross für Amateure. Auf einer Rundenlänge von 750 Metern waren zahlreiche Hindernisse aus Baumstämmen, Autoreifen, Steine, Balken, Holzpaletten zu tun. Welcome to the Mx. Vielen Dank.